Musik 100 Jahre Egon Schiele in Neuleinbach. Vor 100 Jahren hat Egon Schiele hier in Neuleinbach gelebt. Wahrlich ein sehr schöner Anlass, dieser Zeit von Egon Schiele nachzuspüren. In zwei Ausstellungsbereichen sehen Sie einerseits das Leben von Egon Schiele, das Leben zur Zeit Egon Schiles in Neuleinbach und zum anderen hier in diesem wunderbaren Museumsraum Originalwerke, die alle in der Zeit entstanden sind, die Egon Schiele hier gelebt hat. Im zweiten Teil der Ausstellung können Sie den Spuren Egon Schiles folgen. Es ist der Grundriss seines Hausbereiches, seines Anteiles des Hauses, das er hier bewohnt hat, dargestellt. Darüber hinaus gibt es aber in der Wienerwaldregion Elsberre zahlreiche Veranstaltungen bis in den September hinein, die alle Schiele thematisieren. Sehr geehrte liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen, dieser Sommer wird aufregend für Sie, wird spannend. Sie haben unglaublich viel Möglichkeit, dieses einmalige Ereignis 100 Jahre Egon Schiele in Wienerwald in Neuleinbach zu erleben. Sie haben viele Möglichkeiten, sich selber ein Bild zu machen über einen Künstler, dessen Qualität, dessen Wertschätzung einmalig ist, weltweit wie auch in Niederösterreich. Vielen Dank. Vielen Dank.